Tschüss! Cristiano? Tschüss! Was wird denn das da? Na was wohl? Ich bleib in Übung. Tschüss! Aha, naja. Hier will ich auf jeden Fall im Verein sprechen. Servus, Cristiano. Wir kennen uns schon. Atletico mein Name. Ah, ja, Atletico. Gute Erinnerungen. Euch hab ich ein paar Mal hops genommen. Ja, ja, das hast du. Aber gut, darum geht's jetzt nicht. Ab jetzt nehm ich nicht mehr. Okay, und Sekunde. Tschüss! Warum? Weil du, wie sag ich das jetzt am besten, weil du für uns spielen sollst. Aha, Moment, den muss ich mir kurz aufschreiben. Der ist gut. Was? Na, der Junk. Hey, Cristiano, du solltest für Atletico Madrid spielen. Ein Brüller, das wird ein Klassiker. Ich mein das total ernst, Cristiano. Klar, na sicher. Und ich bin auch total heiß auf Atletico Madrid. Na ganz sicher. Kannst du mir glauben? Ist das grad Sarkasmus? Kurze Antwort. Söööööööööööööm. Ja komm, leck mich doch. Dann such dir doch einen anderen Club, bei dem du Champions League spielen kannst. Viel Glück dabei. Danke dir. Moment mal, was?